Hallo, ich bin Lyra und heute sprechen wir über Süßigkeiten. Süßigkeiten, сладости, süß, сладкий. И сегодня поговорим о сладостях. Ich esse sehr gern Süßigkeiten, besonders im Dezember. Im Dezember bin ich eine echte Naschkatze. И это одно из моих самых любимых немецких слов, die Naschkatze, что означает сладкоежка. Die Naschkatze. В декабре я настоящая сладкоежка. Im Dezember bin ich eine echte Naschkatze. Gestern habe ich von meiner Freundin aus Deutschland. Sie heißt Angelika. Angelika, hallo und vielen Dank für deine Geschenke. Gestern habe ich von ihr ein großes Paket mit Süßigkeiten bekommen. Und jetzt bin ich nicht nur im Dezember, sondern auch im Januar eine echte Naschkatze. Also, ich möchte... Die erste Arbeitswoche ein bisschen versüßen. Was lastit? Versüßen. Los geht's. Hier habe ich eine große Tafel Schokolade. Alpenmilchschokolade. Und hier ist eine Schachtel Schokolade. Die Schachtel-Korobka. Die Schachtel Schokolade. Hier steht es geschrieben. Zweiundzwanzig Pralinen. Здесь надпись. Pralinen. Möchten Sie eine Praline? Eine Schachtel Schokolade. Eine Schachtel Pralinen. Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Und hier sind Schokokugeln. Die finde ich sehr schön. Schokokugeln. Schokoladne. Meine Lieblingsweihnachtssüßigkeiten sind Lebkuchen. Hier habe ich Schokoladekuchen. Herzen, Sterne, Brezeln, Lebkuchen. Ich mag Lebkuchen. Brezeln, Lebkuchen. Итак, diese Form ist sehr popular, weil es ist Krenzel, Brezeln, Lebkuchen. Sterne, Zwözeln und Herzen habe ich auch hier. Ich habe auch eine Verpackung Mandelspekulatius bekommen. Angelika, danke schön. Die esse ich auch sehr gern. Mandelspekulatius. Das ist traditionell eine немецкая, rождественская сладость. Jetzt открою, покажу, кто такие печенья. Mandel. Die Mandel. Das ist, was ich, das Mindal. Bez него nicht abholt sich, по-моему, вообще время Rождества. Die Mandel. Das ist, was ich, das Mindal. Das ist, was ich, das Mindal. Knusprich, хрустящие. Und, конечно же, говоря о немецких сладостях, мы не можем не сказать о Штоллине. Итак, hier ist Dresdner Stollen. Dresdner Stollen. Как раз таки Stollen из Dresdner, он и является самым популярным Stollen. Dresdner Stollen ist sehr berühmt. Welt berühmt. Известен на весь мир. И, конечно же, во многих семьях хозяйки имеют свой рецепт своего Штоллина и готовят его заранее, задолго до Рождества, чтобы он полностью пропитался всеми этими ароматными цукатами и достают его на Рождество. Hier ist Dresdner Stollen. Und ich, ich möchte mit Stollen, mit Mandelspekulatius, mit Lebkuchen und mit Schokokugeln eine Tasse Tee trinken. Und, ich habe auch Schweizer Kräutertee bekommen. Schweizer Kräutertee. Швейцарский Тревеной Чай. Angelika, danke schön noch einmal. Und ich wünsche euch auch eine süße Arbeitswoche. Ich wünsche euch auch eine süße Arbeitswoche.